Ah fuck alter moin leule euer golden game ist zurück am start und wir spielen in der weiteren runde slitherio oder slither.io oder was auch immer wie ihr es aussprechen mögt und ja deswegen sind wir jetzt am start und gucken ob hier ein paar neue würmer sind sind es sind es nicht sind es nicht oder mal gucken mal gucken sieht nicht so aus wir bleiben einfach mal bei ne wir gehen regenbogen 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 da so und dann würde ich sagen jetzt auch direkt ins spiel nice hier sind schon ein paar kleine krümel alter danke ich mag reste essen ja geil so 14.000 hat der letzte holy shit don't touch my snake ok tut mir leid ich wollte ja nur höflich sein und sich berühren ok ich bin nicht normal ja danke danke ok ja geil ja geil was wo sind denn alle ich brauche ein paar nette snacks hier ich hab hunger hunger man bringt mir essen auf den tisch junge danke danke für deinen freiwilligen tod sagt man doch so ich denke ja nicht ich würde sagen wir begeben uns in die mittel und der ok geiler name geiler typ danke danke hast du nicht verdient weiter zu leben in der top ten ist auch niemand irgendwie oh den man so kennt holy shit ah bob verwis dich bob los bob stört bob was ist das für ein bob er soll sterben mann oder er noch viel besser noch viel besser ah what the fuck oh shit das war close das war übelst close ja weg verkuschen oh mein gott das war so ein guter start ja und dann versaut denn das alter der versaut uns alles na willst du mich umzingeln nick dein ernst ... aber komm her versaut doch wie du siehst schaffst du es nicht weil du zu kacke bist denn dieses spiel ja willst du mich einschlängeln? oder auch nicht? rennst einfach nur weg weil du ein ferret bist ich bleibe auch hier drinnen oh man das war groß hätte ich den bekomme ich denke er wäre ausgerastet ich denke ich denke er war ausgerastet ne antonio nö antonio pizza mamma ria mamma ria alles klar was laubert der pizza mamma mia pizza pistachio irgendwas ja ja gib mir dein stuff alter oh lol ja saa soos e a u alles klar wenn gute da drinnen ja holy shit oh my god shit okay und haha tschüss er konnte sich durchschlängeln keine mongo und noch eine mongo dankeschön noch all der jahre alles nur 5.600 oh yes gib mir den Staff oh die Shit komm her ich geb dir ich geb dir links rechts Stelle Lilana wenn du stirbst dann bin ich übelst froh tu mir den Gefallen und sterb sterb für mich stirb alter stirb ich stech dich oh 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 ah was für ein Hurensohn das ist gemein Cockblock mich doch nicht einfach ne Killer Girl ne du namenloser ah fuck off der steuert einfach nur ja geradeaus danke für den Kill ich hab's ja nicht geschafft ah ich bin dumm meeeeeeesch ich möchte Spaß erleben Spaß haben ich mach's immer wieder immer geiler immer aktiv am zocken ja aktiv dabei wenn der Blaue stirbt dann bin ich sehr froh ich glaub der entzingelt grad jemanden das ist ein großer fang oder er fängt ihn doch nicht oh danke oh danke yay ah what er hat mich einfach gegessen what the fuck what the fuck er hat mich einfach aufgefressen alter alter da ist er wieder ey ich bin wieder bei ja oh 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 verpiss dich oh danke ja wuhu jay wuhu shit alter was ein lecker business alter was ein leckerer oh shit verpiss ich dodged dodged alles dodged dodged wuhu danke 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 für den stuff pro alter 10k what the fuck das ging schnell i didn't expect i didn't expect that that verpiss dich sooo also wir sind bei 11 11 11 11 afg alles klar italia wenn du italia schon schreibst dann nevora italia schnorm ja danke schlange was auch immer oh ja platz 10 wuuhu 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 oh shit das war nicht die gute aah yes geil 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 nuss oh shit wenn der regenbogenfarbene stirbt dann bin ich glücklich ach ja wir wollen einen fangen ok ach ja wir wollen einen fangen ok oh oh fuck verpiss dich ich bin zu groß um zu sterben aah nope aah oh ich dräng dich bis zum rand junge hihi lieber umdrehen wa kleiner lullisch 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 wir sind ja im arsch der welt jungen hier wird dich niemand retten kommen ok renn doch weg renn doch weg die 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 du wirst mich niemals fangen tschak 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 Uuuuh Alter, fuck Ha! 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 Das war ein guter Schachzug, Platz 6 Nice Wir sind wieder auf der Rangliste Alter, das ist doch wunderschön So wunderschön Alter Wat dein Oh my god Holy shit Die sind ausgewicht, wie ein Profi Hallo Komm schon du Belgier Veganer Was auch immer Komm schon Grüner Help mir Oh He needs some milk Juuu Und ausweichen 16 Fünfter Platz Nice Das ist ne dumme Das Oh Ja Neuuuun Ich war zu gierig Egal Leute Ich schätze mal Das ist das alles Was ich heute erreichen werde Und ja Deswegen Mal ein bisschen kürzer Für die Leute die nicht so lange können Und ja Falls es euch gefallen hat Lasst ein Like da Wie immer Und Supportet dadurch den Kanal Indem ihr teilt Oder Euren Freunden erzählt davon Wäre auch mal ganz nett Und ja Abonnieren nicht vergessen Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt Ich bin raus Euer Golden Game Morgen kommt dann wieder Rocket League Yeah Okay